Naja, wir können auch oben von unserem Dach ausgucken. Was wollen wir da gucken? Ich hätte eine andere Idee. Wir könnten auch einfach ein Auto vor der Tür platzieren und Licht anlassen. Ja, das habe ich vorher auch schon vorgeschlagen. Tatsächlich. Komm, Jack, wir fahren da mal hin. Wo fahrt ihr hin? Oh, sorry. Ich weiß es auch nicht. Ist jedenfalls ein klasse Wetter. Ja. Aber lass mal wieder reingehen, oder? Also, ich hätte gerne ein Foto mit einem Blitz im Hintergrund. Kriegt das einer hin von euch und kann es mir schicken? Bitte, danke. Ja, das Problem ist, die Blitze zu erwähnen. Ich missbrauche die jetzt alle. Ich höre dir nicht. Ich weiß nicht, ob ich... Ich kann es leider nicht voraussehen, wo der nächste Blitz kommt. Ich glaube an dich, du schaffst das. Ja, aber ich kann halt nicht voraussehen, wo der nächste Blitz kommt. Da gibt es so eine Weisheit. Ach nee, aber was mache ich denn? Ich kann ja auch ein Selfie versuchen, wenn es wäre. Ich komme mit dem Handy noch nicht so zu recht. Nee, warte, alles gut. Hm? Einmal... Mal das besser reingehen. Das ist, glaube ich, zu gefährlich hier. Ja, gleich. Das Foto ist gleich fertig. Nur ein Blitz. Ja, komm, lass es reingehen. Er parkt auch klug hier. Ja, es bringt nichts. Sie können das Licht nicht anlassen. Hm? Sobald ich aufsteige, geht der Motor aus und das Licht auch. Ja, die Schelden sind geil. Wie, wer ist das denn? All right. Ja, ich habe doch mal eine Frage. Ich bitte auf den Parkplatz stellen. Das ist erstens Privatgelände. Ich darf hier parken, wie ich möchte. Aber nicht so. Parkplatz ist immer noch öffentliches Gelände. Ja, aber raus dürfen wir, ja? Ja, raus dürfen wir. Ja, aber was ist denn jetzt los? Nein, das ist Privatparkplatz. Das ist nicht öffentliches Gelände. Außerdem haben wir gerade versucht, das Kaffee mit dem Auto zu beleuchten, aber das funktioniert leider nicht. Ich glaube, da hinten ist ein Unfall passiert. Also, sobald ich aufsteige, geht das Licht aus. Ich kriege auch, das soll nicht irgendwie anlassen. Aber ich weiß, wie du es anlassen kannst. Wie denn? Ja, stell das nochmal so hin, dann mach das. Wir waren weiter. Ja. Bis Samstag. Bis Samstag. Hat er richtig Bock drauf. Was ist denn am Samstag? Ich hör das. Ja, das hat mich jetzt auch mal interessiert. Naja. Kommst du mit ihm her? Ja. Was ist denn am Samstag? Naja. So reicht's auch schon. Er sieht's? Er sieht's nicht immer und ich hab gesagt, wenn er mich einmal noch sieht, dann muss er mir was ausgeben. Im Endeffekt hat er mich dann unabsichtlich dreimal gesitzt und jetzt nötige ich ihn mal am Samstag mit mir dann halt zu fotografieren. Ich muss eben kurz das Licht anmachen. Uh, der freut er sich bestimmt drauf mit ihm heißen. Nee, da hat er gar keinen Bock drauf. Aber das ist eine Bestrafung, weil er hört mich. Der ist die ganze Zeit nur im Dienst. Das geht nicht. Ich will dir eine Peitsche ausleihen, aber die hab ich da ja nicht bei. Nö, alles in Ordnung. Ich hab zwei Zöpfe, es reicht. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Einfach so, einfach angelassen. Ich hab bestellt. Ja, bei mir ging das die ganze Zeit wieder aus, das Auto. Richtige Naturkatastrophe hier. Ciao. Du musst halt einfach die Gewalt über das Auto übernehmen und das Licht anschalten. Wenn ich dir sage, dass es aus Privatbesitz, dann ist das Privatbesitz. Und ich dulde keine Widerworte. Oh, ist der Blitzgeil. Gut, weitermachen. Was denn? Darüber unterhalten wir uns noch. So. Abflug. Oh, ganz schöne Anzeige. Das war ne Anzeige. Ja. Was war ne Anzeige? Ja, dass du so, dass du ihm alles gesagt hast. Also wir haben dich gehört. Ach so. Ich hab nix gehört. Was war denn? Wo kommt der hier hin und meint, ich darf hier nicht kraten? Nass für Kopfgeschwind. Nass für Kopfgeschwind. Die Boden ist zu gewählen, dass wir alle ... So, mir hat keiner gesagt, ich soll reingehen. Ja, also jetzt können wir ein Lagerfeuer machen, oder was? Moment mal, hat da gerade jemand geschossen? Weiß ich nicht. Gute Nacht, Stroh. Es sieht halt so geil aus. Alles okay bei dir? Ja, ich genieße das Wetter. Okay. Warum? Ich weiß nicht mehr, wo die drei Roten sind. Vor dir sind zwei. Ja, da sind die. So ein Wetter, wenn jemand gebannt wird. Kann dann bitte öfters einer gebannt werden? Nee, Spaß beiseite. Das war ein Spaß. Aber ich finde es geil. So ein Unwetter. Dann gehen wir nach der Sacken, bloß ich runter von allem. Dann waren wir ein bisschen zu nahe und dann stieg da eine Typ aus und hat auch in unsere Richtung geschossen. Was hat der in eure Richtung? Geschossen. Achso, dann seid ihr schnell abgehauen, oder was? Ja, zuerst sind wir hochgefahren. Da hoch, da haben wir den Helikopter ein bisschen geärgert, der ist uns hinterher geflogen. Dann war er ganz nah vor uns. Du magst ein bisschen lauter reden? Der Regen ist so arschlaut. Ja, und dann habe ich, ähm, sind wir dem hinterher und dann waren da zwei Panzerwägen mit komischen Türmen da drüben. Und dann sind wir hinterher und beobachten, die haben halt einen Typen bei sich gerade gelb, also gelbe Schuhe, gelbe Fleck. Und dann kamen wir denen vielleicht eventuell wieder zu nahe und dann stieg der eine aus und hat die Waffe auf uns gezählt und hat gesagt, war Pistol. Dann hat die nur in unsere Richtung geschossen. Ja gut, also wenn die da sind, sollte man sie ja auch nicht nähern, das sagen alle. Lenny, wo bist du? Und nicht, dass Lenny jetzt haben. Antwortet der? Ja, ja. Ja, komm zurück. Aber wollen wir mal reingehen? Es ist echt eklig hier draußen. Was? Es ist so eklig. Das Wetter ist toll. Na komm, laufen. Könnten wir reingehen? Er wollte am Schirm. Jawohl. Seid euch. Wollen wir Radio anmachen oder so? Drinnen ist doch so langweilig. Na wie, der an? Ja, der Regen ist eh so blau. Er schubst mich drauf. Wenn ich ihm sage, er soll raus, weg gehen, dann soll er weg gehen. Also ich hab mal geguckt von dem Licht, merk von drin nix. Das bringt nix. Willst du mal nachgucken? Hey, da stehe ich schon wieder nicht mehr unter dem Regenschirm. Ne? Ja. Dann stell dich doch normal hier hin. Ja, mach hier drauf. Hm. Geht ihr mal hinter dem Auto weg, bitte? Ja. Wir haben wieder Strom. Ja, wieder Strom. Ja, jetzt bin ich durchgeweucht. Oh, endlich wieder. Wir sind alle durchgeweucht. Ja. Ja. Aber da siehst du mal, dass du ohne Strom heutzutage echt aufgeschmissen bist. Ja. Kannst du nichts mehr machen. Aber ich hab mein toller Selfie. Mit was denn? Mit dem Blitz. Was schreib mal. Hab ich gepostet auf dieser komischen Seite, wo er... Also mir hat man gesagt, ich soll mich doch heute anmelden. Hab ich gemacht. Dieses Insta irgendwas, so der Insing. Insta-Pick. Ja. Da sieht man einen Blitz auf der rechten Seite. Hä? Ich guck mal. Wo muss ich denn dahinter, dass ich das seh? Ach, da. Ein Blitz sieht man. Ja. Der Insta-Pick. Moment. Ja. Folg ich dir nicht? Ja, du mal, ich muss dir folgen. Ich hab das ja nur so, weil ich schon mal so gern Fotos. Oh, stimmt. Da rechts. Also ich muss aber jetzt eben ganz kurz zur Skyline. Nee, alles gut. Dann magst du eben hier bei den Leuten bleiben? Nee, wir können auch gehen. Nein, alles gut. Bleib bei dem Wetter bitte hier. Solange es noch regnet. Magst du eben kurz hier bleiben? Ja, dann muss ich danach aber dann auch eben kurz. Nee, dann fahrt ihr runter und wir fahren in ein anderes Haus. Nein, das ist doch doof. Nee, ihr müsst doch beide in die selbe Richtung. Dann macht das doch. Ja, wir können aber auch nacheinander fahren. Ja. Nee, alles gut. Ich brauch nicht lange. Ich bin so in 10 Minuten wieder da. Nee, so alles in Ordnung. Ist das okay, wenn ich eben fahre? Fahrt doch beide hin und wir fahren weiter. Wir passen doch mal auf. Ja, sonst bleibt einfach hier. Nee, wir fahren weiter. Du, du, du. Nee, nee, nee. Doch. Die anderen sind ja auch noch draußen. Wo willst du denn hinfahren? Die anderen sind aber weggelaufen, ihren dritten zu suchen. Ja, ja, aber trotzdem. Er hat scheiße genug. Er hat scheiße genug. Aber wo willst du denn hinfahren? Also ich kann mich noch nicht so ausführen. Alles klar. Ich wollte nur eben kurz eine Lieferung wegbringen, aber dann ist das jetzt so. Ja. Oder soll ich die eben mitnehmen? Okay. Dann fahre ich eben runter, weil ich muss da noch ein Auto von mir einparken, vom PD. Mhm. Und einen Privatwagen abholen. Ja, aber ich muss ja die Sachen in den Transporter liefern. Meinst du, die passen nicht in den normalen Kofferraum? Ja, nicht fachtechnisch. Naja, kann mich ja beim Ding rauschen mal jetzt in meinem Stadtpark. Ich muss mein Auto einparken. Ich weiß nicht, ob ich das Dach zugemacht habe. Oder ihr fahrt einfach eben kurz mit. Ja, oder so. Vielleicht kann ich auch vorfahren. Naja, ich fahr bei ihm, ich fahr bei ihm. Okay. Ja, ich bin ja in 10 Minuten wieder da, ich brauch echt nicht lange. Ja, alles gut. Sonst macht, ach, macht euch ziemlich bequem. Ich vertraue mich jetzt einfach mal in den anderen. Nee, ich werd nämlich jetzt mein Auto einparken, mein Fahrrad einparken oder mich einparken. Was? Wahrscheinlich. Ja. Weil bei Regen schläft es sich am besten. Nein, was ist denn? Früh schon. Jetzt sei erst 21 Uhr. Na hör mal. Ich brauch viel Schlaf. Ja. Muss ich noch wachsen. Oder bist du unter der Woche nicht so lange wach? Ich muss noch wachsen. Gegossen worden bin ich ja jetzt dank dem Regen. Und jetzt müssen wir los, bevor ich auch nur Wurzeln schlag, weil ich bin ein Gänseblümchen und kein Baum. Also los. Au, wau. Schönen Abend. Ja, euch auch. Ich auch vielleicht später. Danke. Keine Ahnung. Wird noch ein bisschen was sein. Tschüss. Bis dann mal. Tschüss. Ciao. So, und wo steht dein Auto? Geradeaus hinter dem weißen. Ah ja. Ja, bist du unter der Woche nicht so lange wach oder weh? Nee. Hier am Wochenende, oder wie? Nee, es kommt halt immer drauf an. Ja. Oh, warte mal. Vorsicht, da kommen die zwei Schnupflits. Hä? Ja, ich weiß ja nicht, wo die hinwollen. Oder was die jetzt wollen. Ach, da links. Ja. Haut ihr ab oder was? Hallo? Ja. Warum? Na ja, jetzt ist ja wieder Strom da. Ach so. Ja. Also, ich will kurz das Auto einparken und dann, meine, keine Ahnung, mal schauen. Oh, okay. Ja. Lass mal was hören von euch. Dann mach ich sowieso. Nee, du musst dich bei mir melden. So, und jetzt fahren wir. Okay. So. Wanns, hast du gehört? Mach jetzt einen dramatischen Abgang. Fahr jetzt. Okay. Okay. Ach, ja. Was denn? Äh, nix. Ich glaube, da beim Stadtpark, da wo die Bank ist, da sind so Parkbuchten, da steht mein pinkes Rad. Ach, da ist er wieder, wie vorhin halt. Ja, genau. Da habe ich ihn stehen gelassen. Nee, ich habe auch alles gesagt, keinen Bock mehr jetzt gehabt, da drin zu sitzen. Okay. Die haben mir ja auch nichts zu erzählen. Ja. Also, wenn es Wetter einigermaßen, gut, wir hätten mal halt was anderes jetzt machen können noch oder so. Aber was willst du beim Regen machen und bei Gewitter? Nix eigentlich. Da steht mein Auto. Guck. Und weißt du, wo wir jetzt reingehen können? Auch noch? In die Bank. Oder weißt du, siehst du da hinten, wenn du dich, also neben der Bank, da so diese Einbuchtung. Da kann man auch stehen und reden. Ohne diese... Man kann ja auch in der Bank stehen. Ja, das ist auch eine Idee. Kann man auch machen. Dann parke ich mein Auto ein. Oder einfach im Auto sitzen bleiben. Nee, aber du verfahrst... Dein Tank geht doch weg. Wenn du es immer anlässt. Ja, ist ja kein Ding. Aber ich kann im Auto nicht rauchen. Das ist das Ding. Dann, man kann ja auch theoretisch hochfahren zum Haus, dann zeige ich dir das mal. Der gehört es dir schon? Ja. Nee, gemietet halt. Hast du es gemietet? Ja, dann fahr mal doch da. Sagst du gleich. Dann gucke ich mir mal dein Haus an. Ja. Ich hoffe, es ist nicht allzu weit weg, sonst kriege ich wieder Kopfschmerzen. Am Mirror Park. Ach, das ist ja eh da oben. Ja. Ja, das geht. Da können wir mal hingucken. Ja, klar. Müssen wir aber vorsichtig fahren, weil die haben da irgendwas vom Panzer geredet. Okay. Ja, dann fahr mal da kurz hin, du zeigst mir das und dann fahr mal wieder zum Auto. Ja, können wir ja... Ja. Achso, ich dachte mir, du willst dein Auto erst einpacken. Nee, das packe ich ein, wenn ich schlafe, weil ich schlafe heute im Auto. Weil es regnet, da kann ich nicht im Park schlafen. Und wenn da so... Du musst doch auch nicht im Park schlafen. Ja, doch. Ja. 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 Ja.